Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir zeigen euch heute den Camper, mit dem wir jetzt die letzten Tage hier unterwegs waren im Voralpenland. Und zwar handelt es sich dabei um einen Knaus Boxstar Lifetime XL. Der war eine ganze Nummer größer als der, mit dem wir jetzt im Sommer unterwegs waren. Der war 6 Meter lang und 3,80 Meter hoch und hat zwei Betten. So dass er eigentlich für bis zu vier Personen bedacht ist. Was der alles so kann und die ganzen Details, die zeigen wir euch hier in dem Video und freuen uns, euch den Camper vorstellen zu können. Wir fanden auf jeden Fall besonders toll in dem Camper, dass er durch seine Höhe ein besonders luftiges Raumgefühl gemacht hat und auch sehr viele Fenster hatte und dadurch extrem hell war. Außerdem hat der jetzt im Vergleich zu dem Sommer keine Raumdusche, sondern wieder ein Festbad, wo wir jetzt gemerkt haben, dass uns das wirklich halt einfach mehr zusagt persönlich. Gemietet haben wir den Camper über Rent and Travel. Was der Camper jetzt so alles kann, zeigen wir euch jetzt. Dann viel Freude jetzt beim Video. Schön, dass ihr mit dabei seid. So, dann zeige ich euch jetzt mal den Camper von innen. Hier seht ihr den Küchenbereich des Campers. Er hat wieder ein, zwei Blatten Gasherd und hier ist wieder ein tiefes Waschbecken. Der Hahn ist drehbar und hier kann man halt das Brett über dem Waschbecken sehr gut nutzen, um es als Abflagefläche zu benutzen, wenn man schnibbeln will. Und zum Spülen hat man eben dieses tiefe Waschbecken. Und auch hier in der Küche gibt es, wie beim letzten Camper, wieder so ein kleines Tischchen, um die Arbeitsplatte so ein bisschen zu erweitern. Und auch die Küche hat sehr viel Stauraum. Es gibt hier diverse Schubladen. Einmal einen Besteckkasten, dann eine Schublade, wo wir unsere Lebensmittel drin haben und eine weitere, wo wir Töpfe und Geschirr drin haben. Dann gibt es hier so ein schmales Fach, wo man auch Kleider aufhängen kann. Die Stufe, die man benutzen kann, um aus Wett zu kommen, ist ebenfalls ein Fach. Und dann hat es hier auch noch mal eine Schublade, seitlich ein weiteres Fach. Da haben wir jetzt gerade unsere dreckige Wäsche in einem Wäschesack drin. Und selbst hier hinten, ganz schön versteckt, ist dann sogar noch ein weiteres großes Fach. Also, wie ihr sehen könnt, ganz schön viele Fächer und genug Stauraum dadurch. Dann gibt es hier natürlich auch einen Kühlschrank. Da passt auch so einiges rein mit Eisfach. Und einem Paneel, um die Kälte einzustellen, die gewünschte. Wir haben es jetzt immer auf 2 Grad, äh, auf 2 gestellt. Und das passt für uns so ganz gut. Wichtig zu erwähnen, zum Kochen, ähm, braucht man sich hier beim Wasser keine Sorgen machen. Denn der Camper ist ausgestattet mit so einem modernen, ähm, Wasserfilter, der das Wasser, ähm, so aufbereitet, dass man, ähm, keine Sorgen haben braucht, dass man sich davon irgendwelche Bakterien einfängt. Also ist auf jeden Fall auch, ähm, sehr, sehr gut. Hier seht ihr den Sitzbereich mit wieder drehbarem Fahrersitz. Auch der Beifahrersitz wäre theoretisch drehbar und so kann man gemütlich zusammensitzen. Der Tisch hier ist ein bisschen schmaler als der von dem Camper im Sommer. Aber es gibt auch hier wieder die Möglichkeit, über diesen Stöpsel dann die Tischplatte zu erweitern und aufzudrehen. Und so kann man auf jeden Fall noch mal einiges mehr an Platz schaffen. Dieser Camper hat sogar einen Fernseher mit Antenne, den man, äh, in beliebiger Höhe, ähm, verstellen kann. Den haben wir jetzt nicht genutzt, aber auf jeden Fall auch eine coole Alternative. Weil hier im Camper sind auch wieder diese, ähm, Touchlampen, die über Touch, äh, an- oder auszuschalten sind. Und die dann jeweils auch hier wieder über USB-Panels verfügen. Oberhalb des Sitzbereiches gibt es hier noch mal ein kleines, äh, Fach. Da haben wir jetzt die ganze Zeit auch unsere Schals und Mützen drin gehabt. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Man sieht hier halt sehr schön, dass aufgrund dieser extremen Raumhöhe und der vielen Fenster der Camper wirklich extrem hell ist, was uns super gut gefallen hat. Und jetzt, wenn man im Herbst unterwegs ist und auch mal Regentage hat, ähm, ist es halt gleich viel angenehmer, wenn viel Licht in den Camper reinfällt. Hier hinten seht ihr den großen Schlafbereich. Der ist diesmal in diesem Camper längs, was wir sehr angenehm fanden, weil man wirklich extrem viel Platz hat. Äh, die Matratze ist auch in zwei geteilt. Ähm, auch das ist auf jeden Fall sehr angenehm alles. Und, ähm, ja, insgesamt hatte das Bett dann ein Maß von circa 1,70 auf 2 Meter. Also wirklich sehr groß und geräumig. Wir haben hier auch wieder diese Leselampen, die wir auch im Sommer in dem anderen Camper hatten, die per Touch funktionieren und jeweils eine USB-Buchse haben. Der Camper hat insgesamt sehr, sehr große Fächer, in die extrem viel reinpasst. Ähm, alle Fächer haben eben sowohl ein großes Tiefsfach, als auch hier oben immer noch so ein, äh, kleines, schmales Fach. Oberhalb dieser Boxen gibt es dann nochmal Fächer, äh, die ihr hier sehen könnt. Da kann man dann auch mal Kissen oder Decken verstauen. Ähm, also wirklich extrem viel Stauraum hier. Auch in diesem Camper haben wir wieder so ein wunderschönes Ambilight, das sich auf jede gewünschte Farbe, ähm, einstellen lässt. Wie ihr sehen könnt, auf jeden Fall sehr nett und dient auf jeden Fall einer Schönraumbeleichtung. Der Camper hat nämlich noch ein zweites Bett, der ist nämlich für bis zu vier Personen gedacht. Etwas weniger Schlafplatz als unten. Das haben wir mal ausprobiert, weil wir uns mal draufgelegt haben. Ist also vermutlich eher was für kleinere Leute oder auch dann eher für Kinder gedacht. Aber wirklich sehr schön, auch mit dem Ausblick dann im Rooftop. Und jetzt zeigen wir euch gleich, wie das ausgekloppt aussieht. Bis zum nächsten Mal. Und auch für das Bett hier oben gibt es da nochmal neben dem Fernseher eben hier diesen Stromsteckeranschluss. Und ja, damit sind eigentlich alle im Camper gut versorgt. Ja, und dieser Camper hat jetzt nun kein Raumbad wie der im Sommer, sondern der hat jetzt wieder ein Festbad, was wir persönlich gemerkt haben, was wir auch bevorzugen. Das zeige ich euch gerade mal kurz. Und zwar gibt es hier eine klassische Toilette, die Duschwanne unten. Es hat viele Spiegel und einiges an Stauraum. Hier gibt es eben den klassischen Wasserhahn, der eben rausnehmbar ist und als Duschkopf verwendbar ist. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man den Spiegel rüberschieben kann, um eben direkter vorzustehen, wenn man das möchte. Und dann gibt es hier auch noch weiteren Stauraum. Hier kann man einmal seine Badutensilien verstauen. Hier in diesem zweiten Becken, da kann man schön seinen Kulturbeutel reinlegen. Und dann gibt es auch hier nochmal zwei große Fächer. Schön ist halt hier, dass extra solche Gummis angebracht wurden, dass es während der Fahrt auch gut hält und nichts rausfällt. Und man wirklich enorm viel Stauraum in diesem kleinen Bad hat, was uns ja letztes Mal bei der Raumdusche so ein bisschen gefehlt hat. Den Duschkopf würde man hier oben einhängen, den Vorhang zieht man dann einmal um sich herum. Und hier oben ist dann auch nochmal so ein praktisches Handtuchhaltermodul, das man wegklappen kann. Der Camper hat dieselben Paneele wie der, den wir im Sommer hatten. Das ist einmal dieses Paneel, das mir ermöglicht einzustellen, ob ich heizen möchte oder ob ich Warmwasser aktivieren möchte. Hier kann ich beim Warmwasser zum Beispiel entscheiden, ob ich Eco möchte, Hot oder Boost. Für uns reicht es eigentlich immer, wenn wir auf Eco das Warmwasser an einstellen zum Duschen. Und hier bei der Heizung kann ich die Gradzahl einstellen. Und dann geht es an die Gasreserve. Das untere Paneel zeigt an, wie der Batteriestand ist im Inneren des Campers, wie der Batteriestand ist vorne der Autobatterie und wie viel Frischwasser man zur Verfügung hat. Und wenn der Grauwassertank voll ist, dann würde dieses Symbol hier oben blinken. Außerdem kann ich hier eben die Wasserpumpe aktivieren und das Außenlicht, wenn man draußen im dunklen Abend sitzen möchte, dann bedient man das hier rüber. Da es hier sehr viel Beleuchtung im Camper gibt, ist es sehr praktisch. Alle Lichtschalter sind jeweils markiert, welches Licht damit zu bedienen ist. Und hier oben hat der Camper dann auch nochmal, auch an anderen Stellen im Fahrbereich, eine Buchse für einen Zigarettenanzünder, wo man eine Mehrfachsteckdose noch anbringen kann. Aber auch wenn man an Landstrom steht, eine normale Steckdose. Und über diesen Schalter kann man die Treppe ausfahren, wenn man das möchte. Aber der Camper fährt die Treppe auch automatisch wieder ein, sobald man ihn startet. So, und hier seht ihr jetzt mal die Hinteransicht des Campers und welche Staufläche es hier noch so gibt. Wir haben hier unten einiges an Haushaltsmaterialien, unsere Gießkanne. Wir haben jetzt sogar diesmal unser aufflastbares Kajak dabei. Also da passt wirklich viel rein, auch ein Wasserkasten. Alles, was man eigentlich so braucht, kann man hier hinten verstauen. Und hier in diesem Fach sind zwei 5,5 Kilo Gasflaschen angebracht. Die kann man dann hier aufschrauben, mit denen heizt man und kocht man. So, wir sind jetzt wieder zurück von unserem kleinen Camping-Trip, der jetzt ein paar Tage ging und wo wir uns die Alpen in Ruhe mit dem Camper angeschaut haben. Und es war das erste Mal, dass wir einen Camper für eine Woche gemietet haben und so einen kleinen Kurztrip damit gemacht haben. Und es hat auf alle Fälle für uns gezeigt, dass es auch gut möglich ist, nur eine Woche mit dem Camper unterwegs zu sein. Und sich auch der Aufwand letztlich dann lohnt mit bepacken und alles einräumen und verstauen und dann später wieder alles putzen. Und abschließend wollen wir euch jetzt gerne noch so ein kleines Fazit geben zum Boxster Lifetime XL Modell. Was da für uns die Vor- und Nachteile waren. Ganz klar, der Nachteil war im Grunde, dass der Camper eigentlich zu groß war für zwei Personen. Er hatte ja auch zwei Betten und das eine Bett braucht man dann natürlich nicht. Dadurch ist der Camper einfach zu groß und es ist auch doof, wenn man nicht die ganze Fläche, die man zur Verfügung hat, dann auch nutzt. Klar, wir haben es total genossen, dass das Raumgefühl dadurch luftiger war, weil eben die Deckenhöhe so hoch war. Aber wenn man ehrlich ist, braucht man halt eben eigentlich einfach dieses zweite Bett nicht. Und dementsprechend ist der Camper halt wirklich eher was für drei bis vier Personen. Und perfekt halt eben auch für kleine Familien. Aber wenn wir uns mal die Ausstattung angucken und auch einfach wie der Camper konzipiert war und eingerichtet war, war er für uns auf alle Fälle ansonsten perfekt. Es hat uns da nichts gefehlt und wir haben uns sehr wohl in dem Camper gefühlt, weil er einfach alles hatte, was wir eben so brauchen. Und dadurch, dass der Kühlschrank zum Beispiel unten angebracht war und nicht oben, so wie letzten Sommer, war eben auch das Raumgefühl ein anderes, weil man direkt von der Küche in den Schlafbereich geschaut hat und da eben nicht der Kühlschrank im Weg war. Und lauter solche Sachen oder auch die ganzen vielen Fenster im hinteren Schlafbereich haben einfach durch das viele Licht dafür gesorgt, dass wir uns in dem Camper sehr wohl gefühlt haben. Und auch wenn wir im ersten Moment dachten, dass die Küche vielleicht ein bisschen wenig Stauraum hat, weil es nur kleine Schubladen gibt, hat sich dann gezeigt, dass aber sehr viel anderer Stauraum sehr schlau in dem Camper eben konzipiert ist und wir dadurch gar keine Probleme hatten, alles unterzukriegen und viele Fächer gerade jetzt für einen einwöchigen Trip dann sogar leer blieben, weil wir gar nicht so viele Sachen dabei hatten. Genau, also insofern hat uns der Camper auf alle Fälle total überzeugt und wir können den auf jeden Fall sehr empfehlen. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, in die Kommentare zu schreiben, was eure Campererfahrungen so sind. Und habt ihr vielleicht einen eigenen Camper oder mietet ihr Camper? Und was sind so eure Lieblingsmodelle oder was sind eure Campervorlieben? Und was muss ein Camper für euch auf alle Fälle haben, damit ihr euch drin wohlfühlt? Das würde uns sehr interessieren und wir tauschen uns da sehr gerne mit euch aus. Also schreibt gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind. Gut, das war das kleine Fazit nochmal so am Ende. Und dann sage ich Tschüss und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.